Tachchen Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid, freut mich megamäßig. In einem meiner letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie ich die neue Wärmepumpe an die Speichertanks angeschlossen habe und wie die in der Logik mit dem Kaminofen und den Solarpaneelen funktioniert. Und ich habe in der letzten Zeit echt viele Feedbacks und Rückfragen dazu bekommen, und zwar ob ich das ganze Thema ein bisschen detaillierter behandeln könnte, vielleicht auch mit einer Zeichnung dabei und das werde ich jetzt mal tun. Ich hoffe euch gefällt das Video und ich hoffe ihr könnt da jetzt wirklich die technischen Details rausziehen. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne die Daumen hoch oder hinterlasst ein Abo, das hilft mir den Kanal auszubauen. Jetzt nicht lange schnacken, los geht's! Der Patrick hatte mich gebeten auch mal eine kleine Zeichnung zu machen und das werde ich jetzt mal machen. Hier liegt schon mal alles bereit. Geil Leute, damit bin ich fertig mit der Zeichnung. Die werde ich euch jetzt einmal erläutern und dann gehen wir einfach runter und ich zeige euch, wie wir die ganzen Sachen angeschlossen haben. Okay, dann fangen wir einfach mal an und zwar mit den Speichertanks. Als erstes mal haben wir einen Wärmespeicher für die Fußbodenheizung, der hat 1200 Liter und dann haben wir einen Frischwassertank mit 1000 Litern und zwar ist der mit einer Serpentine drin, so dass wir nicht die extrem hohen Temperaturen erreichen müssen. Dann haben wir insgesamt drei Wärmequellen. Das ist einmal die Wärmepumpe, der Kaminofen und die Solarthermie. Die Wärmepumpe hat eine Maximalleistung von 10,1 Kilowatt. Der Kaminofen hat insgesamt 10 Kilowatt, davon gehen 6,5 Kilowatt ins Wasser und 3 Kilowatt, wie ihr das hier seht, auf der Couch liegend in die Luft. Oben auf dem Dach habe ich dann sechs Solarthermie-Paneele. Die bringen insgesamt maximal 6 Kilowatt. Als Abnehmer haben wir dann hier die Fußbodenheizung und natürlich mich unter der heißen Dusche, wie ich das heiße Wasser genieße. Meine beiden Hauptwärmequellen sollen in diesem ganzen System natürlich einerseits die Solarthermie sein, denn da kriege ich ja die Wärme kostenlos und der Kaminofen, weil der extrem viel Wasser in sehr kurzer Zeit sehr heiß macht. Die Wärmepumpe soll hingegen eigentlich nur eine Fallback-Solution sein, die dann, wenn wir keine Wärme haben oder ich mal nicht da bin und den Kaminofen nicht heize, soll sie dann die Temperaturen in den Systemen halten. Wie ich das schon gesagt habe im letzten Video, die Wärmepumpe soll eigentlich nur einen kleinen Teil des Wassers in den Tanks warm machen. Und deshalb haben wir die Wärmepumpe jeweils im oberen Drittel der beiden Tanks angeschlossen. Da seht ihr einmal den Vorlauf und natürlich hier den Rücklauf. Hier haben wir einen Dreiwegeventil eingebaut und zwar deshalb, weil die Wärmepumpe natürlich Priorität auf Frischwasser hat und sobald hier diese 40 Grad circa erreicht sind, dann geht die gesamte Temperatur in die Fußbodenheizung und zwar mit circa 28 Grad. Den Kaminofen haben wir jetzt bei beiden Tanks tiefer gelegt. Hier haben wir den Vorlauf mit einem Dreiwegeventil und ihr seht, dass wir den Kaminofen einerseits hier im Frischwassertank in das zweite Drittel reingesetzt haben und auch im Wärmespeicher in das zweite Drittel reingesetzt haben. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass der Kaminofen einfach extrem schnell viel Wärme produziert und deshalb haben wir den tiefer gelegt, damit er einen großen Teil des Wassers wirklich warm macht und damit muss die Wärmepumpe erst wesentlich später anfangen, denn mit diesem Anteil von Wasser werden wir ungefähr drei bis vier Tage auskommen, bis wir die 40 Grad erreicht haben und damit muss natürlich die Wärmepumpe wesentlich weniger arbeiten. Und der weitere Vorteil ist, dass die Wärmepumpe dann natürlich auch nur sich um diese 28 Grad kümmern muss und nicht auf 40 Grad hochorgeln muss. Und die Solarthermie haben wir so eingebaut, dass wir sie jeweils in den unteren Bereich, also in das untere Drittel vom Wärmespeicher als auch im Frischwasser, wie ihr das hier seht, eingebaut haben. Und wie ihr das hier sehen könnt, haben wir den Temperaturfühler 3 relativ weit unten angebracht. Das ist nämlich der Temperaturfühler für die Solarthermie. Und das hat den großen Vorteil, dass nämlich unten im Tank relativ kühles Wasser steht. Und in dem Moment, wo relativ geringe Temperatur in den Solarthermie-Panelen auftaucht, fängt die Pumpe trotzdem an zu orgeln, weil die Differenz relativ schnell erreicht ist. Und damit können wir dann die Wärme, die oben produziert wird, an den Solarpanelen ideal nutzen. Wie ihr das hier sehen könnt, haben wir bei der Fußbodenheizung noch einen Heizkreismischer eingebaut. Und zwar deshalb, weil wir relativ schnell bei dem Wärmespeicher auf Temperatur kommen, wenn draußen die Sonne scheint und wenn der Kaminofen läuft. Und das soll natürlich nicht so heiß werden. Das heißt, wir haben hier, wollen wir circa 28 bis 35 Grad maximal erreichen. Das müssen wir jetzt erstmal austesten. Und dann holt er sich natürlich aus dem Rücklauf, für den Vorlauf, kühles Wasser, damit wir diese Temperatur erreichen können. Leute, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt in der Theorie vernünftig erklären. Jetzt würde ich sagen, genug der Theorie, jetzt gehen wir mal zur Heizungsanlage. Hier haben wir den Kaminofen und das ist eigentlich so mein Herzstück hier im Wohnzimmer. Ich liebe den und feuer den eigentlich immer im Winter an, wenn ich nach Hause komme, weil ich es einfach sehr, sehr gerne mag, diese Strahlungswärme zu haben. Und wenn wir dann einmal in die Brennkammer reinschauen, dann seht ihr hier oben drin, in dem Abgasbereich, einen Wärmetauscher. Und wie ihr das hier gut sehen könnt, da ist ein Hebel, über die man eine Klappe im Kaminofen betätigen kann. Und über diese Klappe kann man dann einstellen, ob die heißen Abgase entweder durch den Wärmetauscher durchgeführt werden oder direkt in den Schornstein rauslaufen. Wenn ihr einstellt, dass die Abgase durch den Wärmetauscher gehen, dann ist es so, dass ungefähr 6 Kilowatt Leistung ins Wasser abgegeben werden. Und hier seht ihr dann die entsprechenden Anschlüsse, die dann das Wasser nach unten in die Speichertanks leiten, beziehungsweise erstmal zum Dreiwegeventil. Hier oben im Wärmetauscher sitzt dann ein Temperaturfühler und sobald eine Zieltemperatur erreicht ist, fängt die Pumpe unten an, das Wasser durch den Wärmetauscher durch zu zirkulieren. Ich habe hier noch einen kleinen Fachmann für Kaminöfen, nämlich die sitzt auch jedes Mal im Winter, sitzt sie hier vor dem Kaminofen und pennt. Ne? Ja. Auch wenn ich hier Holz drin verfeuere, was ich teilweise kaufe oder teilweise selber schlage, ist es so, dass ich den extrem gerne anmache und deshalb ist dieser Kaminofen für mich ein integraler Bestandteil des Heizungssystems, weil der eigentlich jeden Tag richtig Temperatur unten in die Speichertanks reinbringt. Und besonders für den Frischwassertank ist der Kaminofen extrem gut, weil er sehr heißes Wasser produziert. Die Wärmepumpe muss natürlich ordentlich ordentlich ordnen, damit sie auf 42, 45 oder auch 60 Grad hochgeht. Das muss der zwar auch, aber der kriegt das wesentlich schneller hin und dadurch, dass ich das Ding so oder so laufen habe, weil ich hier einfach ein Wofürgefühl habe, ist das echt nicht tragisch. Okay, dann gehen wir mal zur Wärmepumpe. Wie ich das eben gerade schon erwähnt habe bei der Zeichnung, diese Wärmepumpe produziert maximal 10,1 Kilowatt. Das möchte ich aber so wenig wie möglich nutzen, weil ich dann extrem viel Strom verballere. Hier haben wir einmal den Vorlauf und hier unten haben wir einmal den Rücklauf. Und wie ihr das hier gut sehen könnt, haben wir das mit 1 Zoll Rohren angeschlossen. Leute, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne die Daumen hoch oder hinterlasst ein Abo. Das hilft mir auf jeden Fall, den Kanal weiter auszubauen. Jetzt gucken wir uns aber mal die Solaranlage oben auf dem Dach an. Und sorry, heute haben wir sehr, sehr viel Wind. Falls der Ton nicht ganz so geil sein sollte, ey, ich hoffe auch Verständnis. Wie ihr das hier sehen könnt, haben wir 6 Solarpaneele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die produzieren ungefähr 6 Kilowatt Leistung. Hier oben haben wir den Temperaturfühler und der misst die Temperatur, die aus den Solarpanelen rauskommt. Heute wird es auf jeden Fall echt eine große Menge sein, weil die Sonne richtig schön da drauf knallt. Hier sind wir jetzt unten im Keller und wie ihr seht, haben wir hier den großen Speichertank für die Fußbodenheizung. Und hier hinten haben wir den Frischwassertank für Duschen und Warmwasser im Haus. Und jetzt zeige ich euch im Detail, wie die Wärmepumpe, der Kaminofen und die Solaranlage an die Tanks angeschlossen sind. Fangen wir mal mit der Wärmepumpe an. Die Wärmepumpe haben wir, wie ich das eben gerade schon erläutert habe, in den oberen Teil des Tanks eingebaut. Hier habt ihr den Vorlauf mit dem Mikroblasenabscheider und hier oben ist ein 3-Wege-Ventil, was dann entweder das warme Wasser in den Speichertank für das Frischwasser reinbringt oder drüben in den Speichertank für die Fußbodenheizung. Und hier unten seht ihr den Rücklauf. Hier haben wir auch ein 3-Wege-Ventil reingebaut und wie ihr das hier sehen könnt, ein Schlammabscheider, entsprechend mit einem Magneten drin, der dann auch noch die Metallspäne rausfiltern kann. Und genau die gleiche Logik verfolgen wir natürlich auch hier bei dem Speicher für die Fußbodenheizung, denn der Vorlauf ist auch oben eingebaut und der Rücklauf ist auch maximal ungefähr, kann man sagen, auf einem Drittel. Und warum wir das alles so weit oben angebracht haben ist, dass die Wärmepumpe so wenig wie möglich Wasser warm machen muss und wir damit so viel wie möglich Energie sparen. So Leute, jetzt kommen wir mal zum Kaminofen. Das wird ein bisschen tricky, weil die Rohre da hinten relativ stark versteckt sind, aber ich versuche es trotzdem mal. Die beiden Rohre, das sind die Rohre für den Kaminofen. Die kommen einmal Vorlauf und Rücklauf runter und rauf. Hier seht ihr ein 3-Wege-Ventil, was dann entscheidet nach Warmwasser-Priorität, ob erst der Speichertank für das Warmwasser oder der Speichertank für die Fußbodenheizung beladen wird. Der Vorlauf des Kaminofens liegt im oberen Drittel der beiden Speichertanks. Und hier könnt ihr das ganz gut sehen, der Rücklauf liegt im unteren Drittel der Speichertanks. Und der Sensor im Warmwasserbereich liegt in der Mitte ungefähr. Und wenn dort die Zieltemperatur von 60 Grad erreicht wird, ist es so, dass die ganze Temperatur umgeschaltet wird und wird drüben in den Speichertank für die Fußbodenheizung reingeleitet. Der große Vorteil dabei ist, dass wir natürlich dadurch, dass die Anschlüsse in der Mitte der Tanks liegen, den gesamten Tank bis oben hin, also zwei Drittel, komplett aufheizen. Und zwar mit einer Zieltemperatur von 60 Grad oder glaube ich 62 Grad. Und das Geile an der ganzen Geschichte ist, dass wir mit zwei Drittel des großen Tanks ungefähr vier bis fünf Tage auskommen. Und dadurch, dass ich ja den Kaminofen einfach von Herzen liebe und den eigentlich jeden Abend anmache, hoffe ich, dass die Wärmepumpe den Speichertank für Warmwasser eigentlich gar nicht anfassen muss. Es sei denn, ich bin irgendwie mal weg und dann ist natürlich so, dass die Wärmepumpe den oberen Teil des Speichertanks jeweils warm hält. Last but not least, Solaranlage. Die ganze Geschichte seht ihr hier. Wir haben einmal Vorlauf und Rücklauf, die hier reinkommen. Und ich sehe gerade, wir haben bei der Solaranlage kein Drei-Wege-Ventil gemacht, so wie ich es in der Zeichnung gemacht habe, sondern zwei Pumpen. Die eine Pumpe saugt das kalte Wasser hier ganz unten aus dem Speichertank für die Fußbodenheizung. Und die zweite Pumpe saugt dann das kalte Wasser hier unten aus dem Speichertank für das Frischwasser. Wie ihr das hier gut sehen könnt, ist der Sensor für die Solaranlage ganz unten eingebaut. Und das hat den riesengroßen Vorteil, dass natürlich der untere Teil der beiden Tanks relativ kalt ist. Und wenn nur ein bisschen Energie oben ankommt, können wir diese Energie schon nutzen, denn wir erreichen sehr, sehr schnell ein Delta von ungefähr 10 Grad, die wir eingestellt haben, so dass dann die Energie, die oben an den Solarpanelen generiert wird, hier unten in den unteren Teil der Tanks reingepackt wird. Und damit können wir natürlich die Sonnenenergie ideal ausnutzen. Denn auch da, wenn ich mal nicht da sein sollte, wird der gesamte Tank aufgefüllt und die Wärmepumpe muss dann auch nur dann arbeiten, wenn der Tank nicht mehr genug Energie hat. Die Logik bei der Wärmepumpe ist natürlich so, dass sie immer nur die Minimaltemperaturen erreichen soll. Bei dem Frischwasser hier in dem oberen Drittel ungefähr 40, 41, 42 Grad Pima Daumen und drüben im Speichertank für die Fußbodenheizung gerade mal 28 Grad. Und das Gute an der ganzen Geschichte, dass wir sowohl die Solaranlage als auch den Kaminofen mit der Priorität auf das Frischwasser haben, die den Tank natürlich dann komplett auffüllen, dann hat nämlich die Wärmepumpe nur die 28 Grad zu leisten. Denn wenn wir immer auf die 42 Grad hochgehen müssen, muss der Kompressor richtig orgeln, damit wir auf die Temperaturen kommen. Und jetzt nochmal die ganz kurze Zusammenfassung. Wärmepumpe jeweils im oberen Drittel der beiden Tanks, hier mit 28 Grad, drüben im Frischwassertank mit ungefähr 42 Grad Minimaltemperatur. Kaminofen in den oberen zwei Dritteln, jeweils mit Frischwasser Priorität und die Zieltemperatur für das Frischwasser sind glaube ich 62 Grad, dann springt der um auf diesen Tank und zwar deshalb, damit wir so viel wie möglich heißes Wasser drüben haben, damit wir so lange wie möglich darin duschen können und die Wärmepumpe so wenig wie möglich arbeiten muss. Solaranlage in den unteren Dritteln beider Tanks und mit dem Fühler jeweils im unteren Drittel und zwar deshalb, weil wir dann ganz schnell die Differenztemperatur erreichen, wenn oben nur ein bisschen Sonne scheint. Leute, ich hoffe ich konnte euch meine komplexe Anlage jetzt relativ einfach erklären. Ich habe das diesmal tatsächlich wirklich technisch versucht zu erklären, denn da gab es halt sehr sehr viele Rückfragen von euch und ich freue mich megamäßig über eure Kommentare. Das hilft nämlich den anderen und auch mir, denn ich habe jetzt schon entschieden, dass ich auf jeden Fall einen Stromzeller einbauen werde für die Wärmepumpe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne die Daumen hoch oder hinterlasst ein Abo, das hilft mir nämlich den Kanal auszubauen und ihn auch weiterführen zu können. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch viel Spaß auf YouTube und sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!